mit der starten nummer zwei laura sophie legenmaier sc stein war heimberg die startnummer fünf florian fechner wsv bad feinwalde nächster springer durch startnummer 13 thomas brackenhoff gsg roulau mit der startnummer 19 thor anna koch vom sc motor zeller melis die startnummer 26 elisabeth strümpfel tsg roulau und die letzte starterin bei den mädchen die startnummer 28 anna fei scharfenberg sc motor zeller melis es folgt die startnummer 25 laura günther sv lokalenburg die startnummer 46 moritz terrey bsv bad feinwalde und Bis zum nächsten Mal. Die Startnummer 44, Hannes Wenzel, WSV Schmiedefeld. Am Start ist die Startnummer 45, Nando Riemann, WSV Braunlage. Und der letzte Springer in dieser Altersklasse ist mit der Startnummer 50, Max Unglaube, WSV Bad Freienwalde. Die Startnummer 57, Emilie, Franke, WSV Erzgebirge, Oberwiesenthal. Am Start ist die Startnummer 54, Pauline Stefanie, WSV Grüna. Mit der Startnummer 52, Maike Tyrala, SK Mainerts Hagen. Mit der Startnummer 61, Moritz Eckstein, WSV Bad Freienwalde. Musik 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 Das ist Florian Liebke, BSV Bad Freienwälder. Am Start ist die Stadtnummer 69, Nils Raumer, FSV Rittersgrün. Die Stadtnummer 67, Adrian Titl, SG Nickelhütte Aue. Jetzt mit der Stadtnummer 71, Leif Bricke, SG Nickelhütte Aue. Die Stadtnummer 82, Dinokos, SV Lock Eilenburg. Die Stadtnummer 81, Sebastian Kropp, WSV Grünau. Und der letzte Springer im ersten Wertungsdurchgang, die Stadtnummer 84, Mike Fraulob, SV Blau-Weiß-Dütersbach. Die Stadtnummer 82, 2017 Die Stadtnummer 72, 2020 Die Stadtnummer 34, 2017 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.